ok leute da geht natürlich die runde los sieben minuten geht in runde das habe ich jetzt erst gesehen die haben mich jetzt haben jetzt gerade schon gefragt was ist der rekord von dem grünen materie meiner wäre 166 aber mal mit zwei nicht zu schreiben die haben schon hoffen die haben schon zwei oder so mal gucken die werden doch jetzt hier lebendig kannst du kannst mir doch sagen was willst genau also was soll das ich sterbe einfach mal so schnell ok panzer kommt hier nicht hoch diese stellen die ja gut jedenfalls habe ich keine grüne materie verloren aber ich bin scheiße und das sehe ich auch ein es ist vielleicht doch gut mich vor die anderen zu werfen die die grüne materie haben um mich als opfer zu nehmen du hast vielleicht den fokus auf mich bekommen wenn ihr wisst worauf ich hinaus will ich glaube man das ist heute mein mein ziel dass ich versuche eben das opfer zu spielen ich weiß natürlich auch nicht wie man jetzt hier spricht man sieht schon die sind viel besser als ich unterwegs aber geschossen ist sens Oh, dieser füllt die orangenen Essenz. Wie gesagt. Schick, schick. Vielleicht muss ich doch mal von hinten schießen. Vielleicht nicht da. Also wie gesagt, ich werde heute versuchen, mich nicht in die Masse reinzuwerfen. Also in die Essenz. Scheiße. Sondern vielleicht ein Tank für die Tanks zu sein. Ich wüsste gerne, wie man schreibt. Und da haben sich ja die Restlinge um die Tanks gekümmert. Und die haben mich einfach so reingeworfen. Ich werde das mal, wie gesagt, ein bisschen anders machen. Jetzt auch mal bei dem hinterherfahren. Ich versuche keine grüne Materie aufzusammeln. Ich werde ihn hier einfach mal hinterherfahren, wenn ich mich nicht festfahre. Knapp. Aber geschafft. Ich weiß nicht, wo überall Leute spawnen können. Wenn ich wüsste, was ich sage. Hallo. Ich werde es so geil mit dem Wunder fliegen. Obwohl, eigentlich ist das hier. Ach komm, wir probieren es. Wir nehmen mir ein bisschen grün mal. Jo, leck mich. Ja, einmal, 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 einmal. Einmal fahre ich falsch. Einmal fahre ich falsch. Leck mich doch an meinen hässlichen Eiern. Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Alter. Einmal fahre ich zwei Meter zur Seite. Will doch ein bisschen Lizenz mitnehmen. Nein, darf ich nicht. Ich darf sterben. Weil, Alter. Guck mal, der hat 45 bei sich. Komm, nimm den Fokus auf mich, du Arschloch. Hollола! Ich habe l рад, Alter. Ich CU axis. Ich fahre es nicht. Wir请. Ich habe das Ich gebe. 180 naja ist schon besser als die letzte und die ich bisher mitgespielt habe wenn jetzt erst noch die das zeug weg also wir haben nur 14 jahre ist was das viel oder nicht gute frage hey design könnte ich ihn trotzdem noch treffe ja schön die 14 sind leider nicht mal dabei aber ich würde sagen dadurch dass vielleicht hängt gespielt hat bin ich scheiße gewesen war scheiße ich habe heute war einer runde nächstes mal kommen wieder zwei normalen also zweimal doch tanks runden und nicht dieses meta-schittering ist aber nett die runde jetzt habe ich die stufe 1 erreicht das geht aber bis zum 30 10 kann man noch ihm zacken wer weiß ob ich bis dahin noch ein bisschen spiele bisschen boden habe ich mit erhalten ist schon nett wenn man so die ganzen sterne bekommt ist aber für dieses fahrzeug kann man ja keine forschung machen also man erhält jetzt sterne aber für wen erhält man die sterne gut dann bis zum nächsten mal sagt man sie tschau tschau